Seid gegrüßt meine Freundinnen und Freunde der Physik. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in ein Bezugssystem und wieder zurück. Ich möchte euch zeigen, wie man Bewegungen von Körpern in der Physik beschreiben kann. Kinematik oder Bewegungslehre beschäftigt sich mit bewegten Körpern, wie zum Beispiel einem Zug, fallenden Apfel oder fliegenden Pfeil. Um genau festzustellen, wo sich ein Körper gerade befindet, müssen wir rund um ihn ein System festlegen, in dem er sich bewegen kann, ein sogenanntes Bezugssystem. Das kann ein dreidimensionales Koordinatensystem mit der Achsenbeschriftung von Strecken in Meter sein. x, y und z sind somit strecken. Das merken wir uns. Es spielt keine Rolle, welche Buchstaben ihr hier verwendet, solange ihr die physikalische Größe der Strecke damit definiert. Oft findet ihr genau diese Zeichnung mit einem kleinen h für die Höhe statt dem z. Setzen wir einem Beobachter, den Bezugskörper, in den Koordinatenursprung, so können wir relativ zu diesem alle Bewegungen anderer Körper beschreiben. Stellt euch vor, das rote Bezugssystem ist euer Klassenraum und euer Lehrer chillt als Bezugskörper am Boden mit dem Kopf gegen die Ecke gelehnt. Der blaue Ball stellt den zu beobachtenden Körper dar, der sich im Augenblick in der gegenüberliegenden oberen Raumecke befindet. Die diagonal durch die Klasse verlaufende Strecke zwischen dem Lehrer und dem blauen Ball ist eine vektorielle Größe und wird mit einem Pfeil eingezeichnet. Dieser Pfeil wird auch Vektor genannt und zeigt die Richtung und den Betrag der Strecke. Den Zahlenwert der Strecke, oder besser den Betrag der Strecke, wird durch die Länge des Vektors angegeben. Der Vektor SL steht also für die Strecke vom Lehrer zum Ball und sagt aus, wie weit Lehrer und Ball voneinander entfernt sind. Setzen wir ein Kind in den Klassenraum und zeichnen den Streckenvektor SK. Vom Kind als Beobachter erhalten wir eine kürzere Strecke als zuvor. Würde sich der Ball jetzt noch bewegen, dann müssten wir diese Bewegung unbedingt vom Bezugskörper, dem Lehrer, ausbetrachten, um in diesem Bezugssystem ordentliche Beschreibungen machen zu können. Weil es so wichtig war, die Pfeile sind Vektoren, Hilfsmittel, mit denen wir physikalische Größen wie die Strecke darstellen können. Sie haben eine Richtung und einen Betrag. Der Betrag ist die Länge des Vektors. Zurück zu unserem Beispiel. Der blaue Ball könnte sich überall im Raum bewegen. Um zum Beispiel die Geschwindigkeit des Balls zu ermitteln, benötigen wir neben der zurückgelegten Strecke, die wir nun locker bestimmen könnten, eine Stoppuhr, um die dabei verstrichene Zeit in Sekunden zu messen. Die Geschwindigkeit errechnet sich mit der altbekannten Formel V ist gleich S durch T, Strecke dividiert durch die Zeit. Setzen wir Beobachter rund um das Bezugssystem und geben Ihnen keine Informationen über die Koordinaten des Systems, würden diese Strichmännchen die Bewegung des blauen Balls anders beschreiben. Das zeigt uns, dass Bewegungen relativ sind. Die Relativität der Bewegung, Relativität gibt es überall im Leben. Was wären meine Videos ohne ein Beispiel? Angenommen, die Personen in diesem Zug sitzen in Ihrem Bezugssystem im Waggon. Betrachten Sie die Umwelteindrücke nicht, so sind Sie von Ihrer Sicht aus immer in Ruhe. Werfen Sie einen Ball hin und her, könnten Sie natürlich seine Bewegung in Ihrem Bezugssystem beschreiben. Die zurückgelegte Strecke und die Zeit, die der Ball dafür braucht, reichen aus, um das machen zu können. Würde ein Mann dieses Geschehen von außen betrachten, so befindet er sich in einem eigenen Bezugssystem am Bahnhof. Den Ort des Balls und der Personen könnte er darin auch bestimmen. Würde der Zug ungebremst durch den Bahnhof durchfahren und der außenstehende Beobachter möchte die Geschwindigkeit des Balls in Fahrtrichtung bestimmen, so wird die Sache um einiges komplizierter. Für die Personen im Zug wäre der Ballwurf nur eine lockere Bewegung mit einer kleinen Geschwindigkeit. Für den Außenstehenden wäre diese Bewegung so schnell wieder vorbei, bevor er sie überhaupt wahrnimmt. Der Ball würde zum Beispiel mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde vorbeiziehen. Ein weiteres Beispiel der Relativität der Bewegungen wäre unser Sonnensystem. Wir Erdbewohner haben knapp 2000 Jahre an eine Bewegung der Sonne um die Erde geglaubt. Klar, die Sonne geht bei uns in Europa am Morgen im Osten auf und am Abend im Westen unter. So könnte man die Bewegung der Sonne in einem auf die Erdoberfläche gerichteten Bezugssystem beschreiben. Schaut man sich die Erdbewegung über das gesamte Sonnensystem an, so ergibt sich eine elliptische Bahn der Erde um die Sonne. Jetzt sollte euch klar sein, warum wir Bezugssysteme brauchen. Schreckt euch nicht vor dem dreidimensionalen Kästchen am Beginn des Videos. In der Schule reicht meistens eine zweidimensionale Betrachtung aus. Ein Bezugssystem ist nichts anderes als Kastl, in dem wir vor einem Punkt aus Bewegungen beobachten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.